So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und kennt ihr den Tag danach und dann den Tag nach dem Tag danach? Also der eine ist gut, der andere ist schlecht. Und wer ist der beste? Hannes, hey, was geht aus? Guckt mal, wie der guckt. Der hat nämlich gestern Apfelschorle getrunken und deswegen ist er jetzt heute, musste er aufs Klo gehen und deswegen, wenn ihr das auch kennt, schreibt das mal rein. Wir stehen nämlich jetzt hier am Stadttheater, da wollen wir gleich ein Raid machen. Das sieht so aus, da drin hängt Pupsi irgendwo rum. Hier liegen so Handys rum und wir wollen jetzt nämlich ein Raid machen am Stadttheater mit Borjos und ich will ein Glücksei zünden und dann will ich noch 30 Freunde öffnen für Stufe 1, immer noch, weil ich immer noch von den vielen Leuten, die ich angenommen habe, unendlich viele Geschenke habe und ihr dürft ja nicht mehr öffnen als 30 und das ist ziemlich doof. Und jetzt passt gar nichts mehr mit den Freunden, dann soll ich den vorbelastet noch einladen. Und dann möchte ich euch mal die Oster Event Ausbeute zeigen, paar Shinies entwickeln und die Level 50 Belohnung abholen. Ja, Herr Thomas hat ja schon gespoilert, angeblich ist da ja Mewtwo drin. Ich weiß nicht, wer von euch das schon abgeholt hat oder wer von euch Level 50 ist. Ich nicht? Ja doch. Und deswegen machen wir jetzt mal fix den Raid und dann gucken wir mal, was wir schönes in der Forschung drin haben und dann müssen wir noch einkaufen und dann ist heute eigentlich Wrestlemania, aber irgendwie sind wir alle tot und wollen schlafen und deswegen habe ich keine Ahnung. Alles zu viel gestern. Erster Abend und Hannes bringt mich gleich um. So, wir sind zurück. Der Raid ist beendet. Alles Mist. Habe ich wieder alles eingepackt. Da werde ich auf jeden Fall nichts fangen. Wir haben jetzt 17 Bälle drauf. Wir wollen mal kurz gucken, ob das gut ist, ob das schlecht ist. 17,93 ist natürlich schlecht. Das fangen wir jetzt mal kurz. Hannes, was hast du für eins? 18,7. 18,7. Ja, die 18 wenigstens erreicht ich nicht. Gut. Die Luft ist auf jeden Fall raus, ne? Total. Zack. Einfach fabelhaft. Im ersten, im zweiten nicht mehr. Da ist auch, hat uns alles verlassen. Da kriecht ein Kind in den Steinen. Richtig heftig. Wir wollen jetzt den trotzdem mal fangen. Pupsi hat, weiß ich nicht, sieht man nicht. Ich hoffe, wieso kann der nicht drinbleiben beim ersten Ball, so wie sonst auch immer, um Zeit zu sparen. Kennt ihr das? Ihr habt keine Lust zu fangen und müsst trotzdem. Also, irgendwie gestern der Tag hat sich die Welt verändert, glaube ich. Sit day after tomorrow. Aber da nur sit day after. So, wir werfen mal schön elegant drauf. Ich will doch nur wissen, was in dieser Spezialforschung drin ist am Ende. Ist da wirklich ein Mewtwo drin? Kann das Mewtwo shiny sein? Welchen Bereich ist das dann? Das ist Level 15 oder was? Ist das ein Hunderter? Ist das sonst was? Kann das was? Hat das eine Rüstung an? Hat das ein Partyhut auf? Hat das ein Blumenkranz auf? Natürlich alles nicht, aber das sehen wir gleich. Wenn wir irgendwann fertig sind mit dem Fang von dem Dinosaurier, der da rumfliegt. Willst du dich nicht impfen lassen so lange? Ich habe hier eh noch zu tun, deswegen. Gehen wir gleich mal impfen. Ich stehe nämlich hier vorm Impfzentrum Hildburghausen und deswegen könnt ihr da hin und könnt euch impfen lassen. Hey, da können wir einfach reingehen und möchtest du impfen lassen? Ich glaube, da brauchst du einen Termin. Wir gucken mal kurz noch die Paula an. Die ist aber nicht blau. Deswegen gehen wir jetzt mal fix hier rein und holen mal. Das ist ganz wichtig, hier diese Pokémon-Belohnung ab. Von der Level 50 Herausforderung. Da ist ein wildes FM drin. Das ist wichtig, deswegen nehmen wir das auch mit. Mit gelbem Ball. Ungefähr so. Übrigens hier hat der Adi wieder Hackfleisch aus meiner Hand gemacht. Dem war der Tag gestern war auch zu viel. Deswegen hat er heute gezeigt, was wir gestern verpasst haben. Und dann ist schlecht. Aber wir haben ja noch die Kapitel-Belohnung am Ende mit einer neuen Pose und mit einem XL-Sonder-Bom-Bom oder was das ist, gedreht mit Pokeball. Uh. Braucht man sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Pose ich habe. Ein wildes Mewtwo erscheint. Wildes Mewtwo gefangen. OMG. Und da würde ich sagen, nehmen wir eine gelbe Bäre für die doppelten Bonbons, weil das kann ja nicht fliehen. Und nehmen einen roten Ball. Das ist der geringste Ball, den es gibt. Und wir gucken mal, wie lange wir brauchen, bis das drin ist. Äh, der... Toll. Der Kreis ist knüppelrot, wollte ich sagen. Heftigste, was es gibt. Und dann ist es im ersten Ball drin, wegen Critical Catch. Wenn ihr das nicht kennt, das ist ein Critical Catch, ne. Da ist das einfach drin und das war's. Und es ist ein 11, 15, 10. Also es ist auf jeden Fall schlecht und kann einen Fokusstoß. Und am liebsten würde ich es jetzt verschicken, aber vielleicht kann man es ja mal aufheben. Vielleicht braucht das noch jemand. Und gleichzeitig wollen wir jetzt mal in der Vergangenheit schauen, Shinies und die Osterausbeute uns angucken. Wir haben nämlich bekommen, pass auf hier. Wir haben einen Skopel hier oben mit 352. Wir haben hier unten eins mit 335. Das heißt, wir haben ein Shinies Skopel, was wir wieder so lassen, wie es ist. Wir nehmen ein Shinies Skopel und entwickeln das. Natürlich entwickeln wir das Höchste zu Shiny Grabbit. Das ist das Ding mit dem Bierfass auf dem Bauch, ne. Was dann halt jetzt irgendwie Farbe verliert. Irgendwie ist das Bier jetzt abgestanden, wenn ihr es entwickelt als Shiny. Ansonsten finde ich das eigentlich ultra cool. Und jetzt hat es halt Kakao. Das Shiny hat ein Kakaofass. Ja, kann man mögen, kann man nicht mögen, ne. Ich finde immer noch das normale Grabbit auf jeden Fall am heftigsten. Dann haben wir hier Charnera mit Blumenkranz. Wir haben eins. Ja, mein Höheres, das Höhere, entwickeln wir wieder zu Heiterer mit Blumenkranz. Und dann habt ihr schon gesehen, wir haben auch einen Wunnerer mit Blumenkranz. Grüße gehen raus an FC Meri, der mir das getauscht hat im Stream direkt. Also, ich habe so viele Eier gebrütet, nichts ist passiert. Alles für die Tonne. Jetzt haben wir Heiterer hier am Start. Wir haben das Charnera am Start. Wir haben hier FC Meri am Start. Also, die Familie ist auf jeden Fall voll. Wir haben Grabbit und Skobbel am Start. Das ist auch voll. Wir haben es endlich geschafft. Hier Habitag und Ibitag. Ibitag hatte ich ja als Lucky Shiny. War Mist. Deswegen habe ich jetzt nochmal ein zweites bekommen. Grüße an den Till, ne, aka Gamer, der mir das noch besorgt hat. Geronimatz habe ich bekommen vom Laugenbrot hin. Denn da habe ich auch ein Geronimatz gehabt und ein Lucky Waschkabel oder wie das heißt. Aber Lucky wisst ihr ja, wie ich zu stehe. Und deswegen habe ich jetzt noch ein zweites, was ich dann auch entwickeln kann. Wir wollen mal kurz gucken nach Geronimatz. So, wir gehen nochmal Entwicklungsreihe. Jetzt seht ihr hier, das ist klein, das ist groß. Deswegen entwickeln wir hier auch das Größte, dass die Reihe wieder voll ist, dass die Familie voll ist mit Geronimatz Shinies. Habt ihr ein Shiny Geronimatz? Viele haben damals Raids gemacht. Andere haben Feldforschung und dieses Mal gemacht. Andere haben versucht, Eier zu brüten. Hast du ein Geronimatz Raid gemacht? Zu viele. Zu viele. So, wie viele Shinies hast du bekommen? Null. Genau, so muss es nämlich sein. Jetzt haben wir hier Waschakwil. Haben wir nämlich jetzt einmal so. Sieht gut aus. Und einmal mit Lucky Hintergrund. Sieht doof aus. Deswegen lieber so und dann passt das. Machen wir auch gleich mal einen Favoritenstern dran. Was braucht man noch? Was haben wir noch? Wahrscheinlich nichts. Denn. So, Skobbel, Grebbit haben wir. Geronimatz haben wir abgefrühstückt. Togepi war fertig. Wir haben hier noch Pichu. Pichu mit Blumenkranz. Ich habe ein Pikachu mit Blumenkranz, aber ich habe kein Raichu mit Blumenkranz. Das heißt, ich müsste theoretisch ein Pichu nehmen und das noch durchentwickeln. Alle sagen, Alter, entwickle das nicht. Das ist das Baby. Das ist viel wertvoller. Also entwickeln wir trotzdem das Pichu zu Pikachu und dann zu Raichu. Und dann haben wir da auch die Familie voll mit Baby, Pikachu, Raichu. Alle mit Blumenkranz. Alle als Shiny. Sieht hier wieder schön knusprig aus auf jeden Fall. Und noch einmal drücken. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Im Endeffekt hatte ich das vielleicht doch schon und habe es nicht gerafft. Nein, dürfte ich eigentlich nicht gehabt haben. Egal. Und dann sind wir eigentlich mit dem Osterevent komplett durch und haben alles erreicht. Danke auf jeden Fall an die Leute, die da geholfen haben. Danke, dass man, wenn man eine Community gibt, auch mal was zurückbekommt, sozusagen. Es klingt wieder so wie, endlich kriegt man mal was zurück. Ja, Schweine. Nein, aber es lohnt sich halt. Und das finde ich schön. Ich habe ja auch gesagt, hier bei den Togepi, bei dem 1-2-3-Kid, das sein Lieblings-Pokémon ist und der sich so viel Mühe gibt, dass ich ihm vielleicht ein Shiny Togepi dann mal gebe, weil er die ganze Zeit danach fragt und überall alle Leute verrückt macht. Habe ja zwei gebrütet. Eins ist wahrscheinlich für Julchen reserviert, die auch immer viel gibt und viel macht für den Kanal, für mich persönlich. Und deswegen eins für Julchen, eins für den 1-2-3-Feeling-4 irgendwas. Also 1-2-3-Kid, muss auf jeden Fall passen. Das war die Osterausbeute, das war die Forschung. Wir können jetzt, hätte ich fast wieder vergessen, noch kurz mal diese komische Pose anlegen. Einfach nur, um zu schauen, wie die ausschaut, wenn ich die finde. Junge, 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 bin verwirrt. Irgendwie ist schon wieder ein Freund weg. Ich habe schon wieder einen Platz. Irgendwie löschen mich die Freunde immer. Erst wollen sie alle rein und dann wollen sie alle wieder raus, sobald sie drin sind. So hier gedreht mit Pokeball. Sieht das nicht heftig aus? Nein, sieht es nicht. Das sieht aus wie, ah, ich bin hingefallen vom Fahrrad. Mein Arm ist verdreht. Ja, jetzt hat er einen an der Hose, jetzt hat er einen so, steht da wie Michael Jackson. Heftige Sache. Habt ihr auch die Michael Jackson Pose? Wie sieht das denn aus? Ja, Michael Jackson. Au! Moonwalk von hinten. Mein Arm, Junge. Also, ich schaffe keine Ahnung, was das darstellen soll. Wir lassen das einfach jetzt mal so, wie es ist, neben dem dicken, fetten Gengar. Das war es von unserer Seite aus. Wir werden heute noch ein kleines Tasting hochladen. Wir hatten so viele Pläne für heute. Aber irgendwie sind wir nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und deswegen keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir gehen auf jeden Fall, dann lasst es mal einkaufen. Für euch laden wir noch was hoch, was wir gestern gemacht haben. Und ansonsten, peace out. Vorhaut euer Ramses und euer Hannes. Jean Reno. Zack, so muss er sein.